So hallo, ich begrüße euch aus dem freien Fall in die nächste Fortnite Runde Einziges Ziel in diesem Part Möglichst viel Schaden Mit schallgedämpften Waffen anrichten Denn uns fehlen noch 6000 Schadenspunkte dafür Das kann man ganz gut mit Darth Vader kompensieren Habe ich festgestellt letztes Mal Das kann man ganz gut mit Darth Vader kompensieren Da ist schonmal meine Maschinenpistole, sehr schön Freut mich Oh, und da ist auch schon gleich unser Gegner scheinbar Auch das freut mich Und das war der König vom letzten Mal Ja, nur so schnell kann man dann auch seine Krone wieder verlieren Wenn man auf den Falschen trifft Das tut mir jetzt ein bisschen leid Aber gut Der kam von da oben irgendwie rein, ne? Ganz wilde Nummer Ganz wilde Nummer So Ja gut, hier kommen wir nicht rein Haben wir irgendwo ein Lagerfeuer in der Nähe? Schon eigentlich normalerweise, oder? Hier ist doch überall meistens Sonst ist doch immer eins überall gefühlt Oh Habe ich Munition liegen lassen Sonst sind doch immer überall Lagerfeuer Und jetzt nix Ja, chill mal Ich will meinen Medikasten jetzt noch nicht einsetzen Würde mich gerne auf Anderem Weg heilen können Aber hier ist tatsächlich kein Lagerfeuer Das gibt's doch nicht Na gut Glücklicherweise sind wir eh schon im Gebiet Also ich muss Kann mich hier ein bisschen chillig bewegen Da ist mein Lagerfeuerchen So Uh Oh Damit habe ich nicht gerechnet Muss ich ganz Muss ich ganz ehrlich sagen Ich habe nicht Das Das Aber es ergibt natürlich Sinn Es Es ergibt natürlich Sinn Dass so ein Sprinkler Ne Dass der das Aus Macht Das ergibt leider Sinn Okay Fortnite ist viel zu realistisch Okay Da ist noch ein Lagerfeuer Diesmal auch ganz ohne Sprinkler Wie kann es dieses Spiel Wagen so realistisch zu sein Gibt's ja nicht So Bagerfeuer Jetzt aber richtig Oh Musik Sehr schön Okay Also wir haben eine maschinengedämpfte Pistole Das ist schon mal was Wo es darf Ich weiß es nicht Ich habe es nicht gesehen Der wird mir jetzt auch nicht irgendwie hier in der Nähe Sonst würde man so ein Leuchten sehen Am Horizont Naja Der scheint nicht in der Nähe zu sein Ja schade Können wir hier noch aufs Dach hoch Hoffen dass wir dadurch irgendwo einen strahlenden Ferne sehen Aber ne Auch da ist kein Nicht zu erkennen Wo sich Darth Vader aufhalten könnte Na gut Kann ich mit dir ein Duell anfangen? Nein Schade Naja mitnehmen können wir es ja Wir haben ja genau So Zack So ist es schon mal besser Munition Ist das ein Wolf? Stark Komm her Sind sogar zwei Keiner Die dürfen jetzt Geteasert worden sein Schön Der andere hat keinen Bock Oh lol Okay Oh da drüben ist ein Dings runtergegangen Da geht auch was runter Alles nicht interessant Das Einzige was noch interessant wäre Wäre ein Schallgedämpftes Maschinengewehr Das wäre noch interessant Wie genau Wir haben das noch nie benutzt Wie funktioniert dieses Ding? Wähle eine Rüste eine ausrüstbare Waffe auf Aus Ja wie? Scheinbar habe ich keine Die ich ausrüsten kann Aufrüsten kann Ach Ach da kann man Okay ich verstehe Da kann man draußen Eine legendäre dann machen Und aus der kann ich gar nichts machen Ah So kann man Das heißt aus der kann ich praktisch auch Klicken Der machen für 500 Barren Ah Okay Habe ich noch nie genutzt Aber habe ich das auch mal gelernt Jetzt Dann kann man aus Grün wahrscheinlich Blau machen Und so weiter und so fort Ich verstehe Das ist ja gar nicht mal dumm Ja ne Gerade bekommen wir nicht so viele Gegner Vor unsere Oh hier muss jemand gestorben sein Aber wer auch immer die Person gekillt hat Hat jetzt auch kein Interesse an dem Loot Oh ja nice Ja schön Und noch ein Jawollo Komm ran Kollege Komm ran Wir werden keine Gefangenen gemacht Sind wir jetzt über 7000? Sind wir jetzt über 7000? Ja 7.399 Prima Und mehr Wölfe Mehr Wölfe Mehr Wölfe Ich glaube wenn man Während man so einen Schatten gehüllt ist Oh scheiße Während man den Schatten gehüllt ist Angreift Zählt das glaube ich auch als Ding So dann ist es sogar egal Womit man angreift Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher Bin mir nicht hundertprozentig sicher Da wird irgendwo geschossen Ja Da wird definitiv noch hochgeschossen Wo sind die denn alle? Bist du was ich denke dass du Ja Komm ran Aber ich komm hier nicht runter Ach man Treff überhaupt nicht von hier oben Ich war jetzt riskant Aber ist mir egal Weil wir sind hier oben Schaden zu machen Und nicht um Ewig lange rumzurennen Während nichts läuft Ne Wir wollen ja vorankommen Also müssen wir natürlich auch hier Rangehen an die Sache Okay das ersetzen wir mal Mit Nebel besser Munition haben wir auch genug Das ist sehr schön Neun Spieler noch Neun Spieler noch Okay Okay Dann kipp die Zimmer schon mal Da kommt niemand nach Zumindest sehe ich niemanden Auch schnell Ah die Wand sich da Bei dieser Ruine Wieder rumtreiben Ja da kommen auch schon Schüsse her Es ist keine Ruine Es ist so ein Dörfchen Ja 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 genau hier Das meine ich Wo das Hotel ist und alles Natürlich Hier war mal die Ruine Deswegen richtig Da ist jetzt eben so ein Einkaufszentrum Whatever draus geworden Alles modernisiert hier Da hat es jemanden erwischt Okay Kollege Ich wollte was versuchen Aber ich kann während dieser Waffen Während diesem Schatten Ding Gar nicht angreifen Ich habe nämlich noch gelesen Es gibt noch ein sogenanntes Schattentat Aber ich weiß nicht was das ist Okay egal Wir haben ordentlich Schaden gemacht Weiter so So Weiter geht's Missionen Schaden zufügen Aber ich habe noch nicht Dieses Schattentat verstanden Ich meine es ist nicht wichtig So Es ist egal was das Schattentat ist Das hätte mich halt nur interessiert Da drüben ist der Affen Mal wieder Ja komm Das sollte funktionieren Wenn wir da so erst am Rand so ein bisschen entlang gehen Und dann da so rüber Das sollte ganz gut klappen Da sollten wir dann einiges hinbekommen können Äh Noch kein Noch nichts was wir brauchen Okay das ist wichtig Aber nichts was wir jetzt in dem Fall brauchen Äh Ärgerliche Momente Wir haben noch keine schallgedämpfte Waffe Oh das sieht schon schön aus Aber wir haben auch noch ein paar Orte vor uns Die wir erst Unter Ah Musik Die wir erst Untersuchen können Bevor wir Hallo Jetzt Bevor wir weiter gehen Ich hoffe dass hier noch niemand ist Hier dürfte es auch noch mal ein paar Möglichkeiten geben Säge Säge wäre natürlich auch noch so eine Geschichte Aber ich glaube Säge zählt bei Darth nicht Ich glaube der will schon Schalldämpfer ins Gesicht bekommen Ja Gib mir das Noch nicht so viel Munition dafür Aber wir haben schon mal eine Waffe Eine der Waffen die wir haben wollen Okay gehen wir noch ein bisschen außen rum Ist nämlich noch so ein anderer Ort von Darth Der jetzt nicht weiter interessiert Nur munitionstechnisch vielleicht Weil natürlich so ein Southpack Noch mal besser als so ein Fisches Aber ich habe jetzt halt nicht so viel Munition für ihn im Moment Weiß nicht ob ich da jetzt schon rein will Ich komme auch gar nicht hoch Oh Ich habe nichts gesagt Sehr gut Sehr gut Meine Meinung hat sich soeben geändert Hier ist noch was Ach da oben Geil Was haben wir denn da Hübsches Schallgedämpfte Maschinenpistole Ja rein da Sehr gut Ist der hier? Ach ne Unten ist der Na Der ist unten diesmal Wo ist der Wolf? Ach ne da drüben Der ist ganz wo Lol Ich bin noch gar nicht dort Ich frage mich nur gerade Was ist mir da Auf der Karte anzeigt Warum ist der Ort markiert? Oh mein Gott Drei Wölfe Let's go Es ist so gut Dass die als Gegner zählen Es ist so gut Dass die als Gegner zählen Ich kann es nur immer wieder sagen 8000 Wieso ist der Ort hier markiert? Weil der neu ist Oder was? Das ist einfach ne blaue Kiste Wie komm ich da ran? Ach so Ich bin ja blöd Wie komm ich da wohl ran? Was spielen wir denn für ein Spiel? Kottel Okay Leider nicht so spannend Weil hier ne Säge ist Oder was? Ist der Ort markiert Weil hier ne Säge ist? Oder Ich verstehe es nicht Oh shit Ich habe überhaupt nicht Auf Dinge geachtet Aber wie ist es der Ort jetzt markiert? Ich habe ein Problem Ich habe keine Ahnung Ob der Ort markiert ist Aber wir müssen weg Ach scheiße Oh ne Oh ne Wir haben mehr Probleme Leider ist der Typ hier Hat nicht getankt Okay Hier wurde getankt Ach scheiße Es ist dann ganz woanders Als Darth Vader Miest Aber wieso ist das markiert? Von welcher Mission? Dass man da ne Säge bekommt Oder was? Irgendwie bekomme ich doch überall Gefühlt Ich habe keine Ahnung Der Hai zählt auch als Dings Ne? Ah Stimmt Stimmt Wir fahren Wir fahren jetzt zum Zum Dings Der ist hier der Hai Optimal Kollege Oh shit Hä? Treffe ich den gerade nicht Oder was ist los? Ach doch Sheesh Was hat der eigentlich alles so? Okay So krass Sagen hat der jetzt auch nicht Aber er hilft halt gut Um Schaden zu machen So der Typ da drüben ist weg Ne? Problem ist Unsere Munition Ist auch fast weg Okay Wir fahren mal ne Runde weiter Welche sollten wir auf jeden Fall Munition bekommen können? Zum Glück brauchen wir die Schrottrissgeschichte nicht mehr Das ist schon sehr gut Ja Ah ja Ja wobei unsere Unsere Maschinen Pistole ist dafür Geht dafür hoch Das ist auch in Ordnung Das ist grundsätzlich auch in Ordnung Ah jetzt kommt ein bisschen was dazu Jawoll Und ich sehe Symbole von Wölfen Das ist auch sehr gut Da können wir gleich mal reingehen Wo sind die? Sind die Wölfe? Ne das sind sie nicht Ah schade Wir müssen weiter Aber gar nicht so weit müssen wir weiter Und wir müssen weiter Um Schaden gehen Das ist schon so weit Wir müssen weiter Für uns Ne so weit Wir müssen weiter Wir müssen weiter Wir müssen weiter Wir müssen hinterher Was? Wir müssen ein bisschen Das ist Was? Wir müssen shuttle Schaden Wir müssen weiter Wir müssen weiter Wir müssen �� So. Oh, eine ist noch. Okay. War jetzt nicht so ergiebig, aber ist in Ordnung. Besser wie nix. Besser wie nix. Wir warten mal kurz, bis er sich einsinkt, wo er nicht muss. Ah, okay. Warte, das... Wolf in der Richtung? Okay, gut. So stelle ich mir das vor. 9000... Irgendwas. 10.000! Wir kriegen das in den Part hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Prima. Wo denn? Da. Und wieso... Okay. Wieso hat er sich jetzt mit so wenig Energie unbedingt da rein stürzen wollen? Aber das verstehe ich ja nicht. Wieso hat er sich jetzt mit so wenig Energie da rein stürzen wollen? Naja. Muss Verzweiflung gewesen sein. Hä? Wollte die Waffe nicht wechseln. Ey, gib mir mein... Dings wieder. Okay. Zehn Spieler noch. Ich muss immer noch einen Weg finden, meiner scheiß Säge anzugreifen. Let's go. Nein. Säge. Ich treffe ihn im Achtung. Ja, ich habe ihn getroffen. Okay. Habe ich ihn mit der Säge getroffen? Hat das gezählt? Ja. Oh mein Gott. Endlich. Okay. Damit ist der Quatsch auch weg. Alle aktuellen Wochenaufträge sind erledigt. Fehlt jetzt nur noch die knapp 2000 oder weniger als 2000 Schaden für schallgedämpftes Zeug. Letzte Runde. Dann war's das. So, nachdem das letztens sehr gut funktioniert hat, den Hai anzugreifen, würde ich das jetzt gerne wieder machen. Aber ein Problem ist, wir sind direkt drüber gefahren. Und das ist dann leider alles sehr nah dran an der ganzen Geschichte. Wir gehen mal hier raus. Wir gehen mal hier raus. Okay, es gibt immer noch das Haus vom Herrn der Schild. Ach ja, klar. Es gibt ja auch noch Kamehameha und Shinno-Chun gibt's ja auch noch. Natürlich bleibt das dann. Ich bin ja auch komplett bescheuert. Okay. Oh. Apropos. Wir starten auf Shenlong. Es sieht schon echt cool aus. Ja, perfekt. Direkt schallgedämpfter Kram. So muss das. Uh. Es wird immer besser. Es wird immer besser. So. Okay, hier ist jetzt aber nichts mehr. Doch. Da ist auch nochmal was. Hätte ich das gewusst, hätte ich erst die Dings gemacht und dann die Dings, aber... Naja. Da drüben war immer... Da drüben war auch immer ein Hai, ne? Da drüben war... Das war das erste Mal, wo wir, glaube ich, einem Hai begegnet sind. Richtig. Ja, let's go. Der kriegt jetzt erstmal... Schön schallgedämpftes Maschinengewehr ins Gesicht. Ja, let's go. Okay. Der Hoffnung, dass hier nicht auch noch einer rumläuft gerade. So. Okay. Hat mir zum Glück nur mein aufladbares Schild gezogen. Aber munitionstechnisch halt ein bisschen. Wo denn? Von drüben oder was? Ach, hier! So. Versuche es doch gar nicht erst. Aber es ist mir sehr recht, wenn ihr mir auf die Art und Weise schneller mein Zeug zusammengebt. Habe ich gar nichts dagegen. Wirklich überhaupt nichts. Sehr entspannte Geschichte, so. Super entspannte Geschichte, sogar. Aber gegen dich kämpfen? Öh. Okay, ziehe ich den Hai irgendwo. Aktuell sehe ich keinen Hai. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Na gut. Dann ist mein Plan nur so halb aufgegangen. Wo müssen wir denn hin? Okay. Dann kümmern wir uns mal doch einfach hier um den Hai. Das würde doch auch gehen. Jetzt müssen wir dann hier sowieso weg. Ja, schade. Den muss man vielleicht erst irgendwie triggern, dass der hier herkommt. Na gut. Na gut. Dafür haben wir jetzt genug Munition für alles. Auch eine schöne... Oh! Auch eine schöne Sache. Ja ne. Wir müssen raus. Wir haben hier kein Auto. Wir kommen hier nicht weg, wenn ich schon schnell bin. Insofern. Ne. Keine Zeit zum Gucken. Let's go. Wir müssen wirklich ein bisschen Gas geben jetzt hier. Also ich hoffe, wir gehen nicht vorher drauf, weil es ist nicht mehr viel Schaden, den wir noch anrichten müssen. Es ist wirklich nicht mehr viel Schaden. Es wäre schon schön, wenn wir das noch hinkriegen würden. Nehme ich erstmal eine Jindujun mit. Mit der kommt man auch schnell von A nach B. Für den Notfall, ne? Aber vorher versuchen wir hier uns ein bisschen in die Kämpfe einzumischen. Ich glaube, ich schieße gegen den Baum, ne? Yes. Nicht viel, aber immerhin. Jeder Schuss zählt. Rutsch doch. Und wir sind bei 11.000? Ne, noch unter 10.000. Okay, noch unter 11.000. Aber fast. Wir nähern uns. Okay, wir sind voll mit dem Ding. Munitionstechnisch sind wir jetzt voll. Stark. Richtig stark. Okay. Oh, Wolf. Sehr geil. Jetzt sind wir aber über 11.000, ne? Jetzt hauen wir einmal vor der Zone ab. Alles easy. Wolf. Komm ran. Da darf doch jetzt nicht mehr viel fehlen. Da darf doch jetzt nicht mehr viel fehlen, oder? Ach, ne. So, ja. Schieß auf den LKW. Der freut sich richtig, der LKW, wenn du auf den schießt. 11.571. Wir sind fast durch. Ich kann dieses Ding schon Schaden bekommen haben. Ich kann dieses Ding schon Schaden bekommen haben. Ich bin so bad. Oh. Das war echt, das war, das war so schlecht. Wir brauchen noch eine Runde. Okay, let's go. Oh, war das schlecht. Oh, war das schlecht. So. Nach dem gerade sehr ärgerlichen Tod. Der wirklich ärgerlich war. Finde ich. Äh, wo bin ich überhaupt? Was machen wir das? Was mache ich hier gerade? Das war gerade richtig bad, was ich gemacht habe. Okay, wir sind jetzt nämlich mitten in der, da gestartet, wo alle starten. Das war sehr unklug. Also das war richtig unklug. Scheiße. Ich glaube, wir brauchen gleich noch eine Runde. Weil ich save nicht, weil ich save nicht, weil ich save nicht die, die Dings jetzt hinbekomme. So, aber ich lasse jetzt mal das komplett anzeigen. Dass wir wirklich sofort sehen, sobald wir es haben. Ab dann kann ich nämlich viel entspannter spielen. Und dafür brauche ich erstmal... Ja, sehr gut. Es fehlt halt überhaupt nicht mehr viel. So, das ist der Punkt. Es fehlt halt überhaupt nicht mehr viel. Es sind zwei Wölfe oder so gefühlt. Oh, shit. Es sind zwei Wölfe oder weniger. Okay, aber wir haben glaube ich Glück, dass es doch nicht alle hier gelandet sind. Ich dachte, hier landen ewig viele. Aber wahrscheinlich eher in der Stadt. Mehr konzentriert. Ah, schön, Munition. Und das brauchen wir auch. Okay. Oh, shit. Das habe ich nicht gecheckt, das ist jetzt dumm. Das war kein Absicht, liebe Wache. Wirklich nicht. Oh, Mann. Man zählt das jetzt auch nicht als Dings. Als Gegner. Das habe ich komplett verschissen jetzt, ey. Und hier sitzt der richtige Gegner. Super. Super. Oh, mein Gott. Wir brauchen noch eine Runde. Es ist... Ah, ist das dumm. Ist das dumm. Oh, mein Gott. Ist das dumm. Nochmal. Nochmal. So. Die letzten 300 Punkte gestalten sich schwieriger als gedacht. Es ist wirklich traurig. Es ist wirklich traurig. Dass wir da so massiv schwangeln. Was ist eigentlich... Wir waren hier schon länger nicht mehr, ne? Was ist eigentlich aus dem... Hier war doch mal so ein großes... So eine große Baustelle. Das ist jetzt alles fertig, oder wie? Guck mal, ne? Hier war doch immer Baustelle. Das haben sie jetzt fertiggestellt. Da waren wir auch noch nicht. Also, in Tilted Towers waren wir schon, klar, ne? Aber halt... Während es... Als es fertig geworden ist, hat... Das kennen wir noch nicht. Wie das jetzt aussieht, wenn es fertig ist. Sehr gut. Und... Oh. 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 Hä? Manchmal check ich diese Geräusche überhaupt nicht, ne? Der muss doch hier drin sein. So. Sehr schön. 11.734. 11.824. Okay. Ein Gegner noch ist das oder so. Ein Gegner, ein Wolf, irgendwas. Okay, da ist mein Gegner. Muss ich nur finden. Das war's. Sehr schön. Auftragspaket abgeschlossen. Okay. Du hast mich fast schon getroffen. Ja, gleich hast du's. Du schaffst es. Um mal zu zeigen, wie schlecht NPCs sind. Danke. Um mal zu zeigen, wie schlecht NPCs sind. Es ist unfassbar. So. Ab dafür. Oh. Keine Lust mehr. Aber der NPC gerade, es ist unfassbar, ne? Es ist unfassbar. So. Okay. Gut. Dann haben wir das jetzt auch. Die sind irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt neu dazugekommen. Ist egal. Machen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr. Ist alles egal. Okay. Alles, worum es jetzt noch geht, wäre gute Vibes. Wenn wir so in zwei Tagen, sollte ich dazukommen. Ich kann es nicht versprechen. Und dann gucken wir mal, ob es dann noch einen Teil neun gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Ist auch nix mehr da. Ne, das haben wir alles. 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 Wait. Wait. Was ist das denn hier? Ähm. Huch. Wo kommt das denn her? Habe ich das noch gar nicht gemacht? War das, war das was, was, wo es hieß, das dauert noch? So, bis man es machen kann? Dann hätte es ja doch was gebracht, weiterhin zu leveln. Dann bringt es ja doch was, weiterhin Battle-Sterne zu sammeln. Das haben wir gemacht, ne? Ja. Schnips läuft auch. Schaut euch das an. Das dürfte die letzte Woche sein. Das ist die letzte Woche. Es kommt noch eine Woche, kommt noch. Und dann dürfte, glaube ich, die Season auch durch sein. Nicht sicher. Aber das hier. Huch. Oder F5 weit, warum die. Hä? Ich dachte, das hat. Okay. Ja, let's go. Kann ich nicht alle auf ein. Muss ich die jetzt alle einzeln, oder was? Muss ich die alle einzeln? Ach, komm schon. Belohnungen von Bonusseite 1 einfordern. Ja, let's go. Hier. Ach so. Ach, da muss ich erst. Okay. Also, dann bringt es doch was höher zu leveln als die 100. Siehst du, das habe ich gar nicht gewusst. Aber hat man das teilweise nicht schon. Ich bin verwirrt. Ich, aber ich verstehe das Konzept. Da bräuchte man noch einen viel höheren Level. Ist ja interessant. Hiervon kann ich jetzt auch nur noch... Aber habe ich die... Ich bin verwirrt. Habe ich die nicht schon? Diese Dinger da? Ich dachte, ich habe das alles schon mal gesehen. Ich bin wirklich verwirrt. Lass mich mal kurz hier in den Spinn gucken. Ich dachte, ich habe zum Beispiel solche... Dieses Flugding schon. Ah, das ist das Falsche. Das ist nicht... Ich muss den Gleiter, muss ich gucken. Das ist der Gleiter, ne? Ja. Guck mal hier. Ah, ne, das ist nicht das Gleiche. Beweglicher Klingengleiter ist das. Das ist auch was anderes. Windkrabbler. Ne, stimmt. Das ist nicht das Gleiche. Ist tatsächlich true. Ist tatsächlich true. Ist nicht das Gleiche. Den Vogel... Aber den hatten wir schon. Herrschergreif. Der war doch auch jetzt irgendwie da dabei. Ach, der war hier... Der war... Ich glaube, der war hier Teil davon. Von Malik. Ich glaube, da war der Vogel Teil davon. Oder so. Beweglicher Klinge. Stimmt, den haben wir noch gar nicht. Den haben wir gar nicht. Ja, dann kommen wir uns den mal. So. Da würde ich auch sagen, Stiel ist sinnvoller als irgendwie so Waffendings oder sowas. So. Jetzt habe ich noch 10. Naja, komm dann. Okay. Aber dann ist Leveln tatsächlich doch noch sinnvoll. Also. Wenn man hier weitermachen will. Ne. Ist nicht wichtig. Vor allem, das würde ich... Das ist so viel. Ich meine, 5 Sterne gibt es für ein Level, oder? Wie war das? 5 Sterne sind, glaube ich, ein Level. Das wären nochmal... Das sind bestimmt nochmal gut 100 Level, oder so. Krass. Habe ich nicht gecheckt. Das war wahrscheinlich was, wo es hieß, das dauert, bis es freigeschaltet wird. Und jetzt kann man es machen. Und ich habe es noch gar nicht begriffen. Interessant. Siehste mal. Jetzt müsste man das für 25 freischalten. Dann kriegt man dieses Paket in der Mitte. Okay. Alles klar. Sollten wir in der Zwischenzeit irgendwann nochmal mehr leveln, dann weiß ich Bescheid. Dann bringt es ja doch noch was, tägliche Aufträge zu machen. Siehste? Hätte man jetzt... Okay. Habe ich nicht gecheckt. Habe ich nicht gecheckt. Aber ist egal. Ist nicht so wichtig. Nur interessant zu wissen. Nur interessant zu wissen. Dann hätte es auch hier... Okay, okay, okay. Ja, ja, ja. Okay, okay. I see you. I see you. Dann sind auch Meilensteine tatsächlich noch sinnvoll. Aber alles nicht weiter wichtig. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Danke fürs Zuschauen.